Das wertvollste Intro, das du jemals hören wirst. Meine Heiligkeit grüßt deine Heiligkeit. Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Du bist nur Liebe und daher bin ich es auch. Jedes Lebewesen ist Liebe und daher bin ich es auch. Meine Heiligkeit grüßt deine Heiligkeit. Durch deine Heiligkeit erkenne ich mich selbst. Durch deine Freude erkenne ich mich selbst. Denn das, was ich in dir sehe, das empfange ich. Das, was ich gebe, empfange ich. Und das, was ich in dir sehe, erkenne ich in mir. So, wie ich dich sehen möchte, so möchte ich mich erkennen. Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Ich kann nicht getrennt sein von Gott, so wenig wie der Sonnenstrahl von der Sonne. Ich kann mir einbilden, getrennt zu sein. Ich kann mir einbilden, ein getrennter Körper alleine zwischen Billionen von anderen Lebewesen zu sein. Und doch bin ich eins im Geiste mit dir, im Geiste mit dir und nicht im Körper. Wir sind Lichtgeist. Und dieser Lichtgeist, den kannst du überall sehen, in jedem Baum, in jedem Lebewesen, in jedem Insekt, in jedem Wurm, in jedem Tier, in jedem Menschen, in jedem Wasser und in jedem Sauerstoff, in jedem Wassermolekül. Du kannst diesen Lichtgeist, der du bist, in allem erkennen, wenn wir uns für die Schau Christi öffnen. Jedoch, wenn wir weiter an unserer Blindheit festhalten, können wir nichts erkennen, außer eben unsere Geschichte. Wir wollen Schönheit sehen und suchen sie irgendwo im Außen und erkennen nicht, wie schön wir sind. Du willst Frieden erfahren durch irgendwelche äußeren Dinge, die dir begegnen und doch wirst du den Frieden dort nie finden. Alles ist in deinem Geist. Meine Heiligkeit segnet deine Heiligkeit. Letztendlich ist dadurch alles gesagt. Denn wenn ich deine Heiligkeit anerkenne, muss ich sie in mir sehen. Wenn ich den Lichtgeist, der du bist, in dir anerkenne, muss ich diesen in mir erkennen. Und so sind wir wieder aufgefordert, uns zu überprüfen mit all den Geschichten, die wir wahrmachen wollen, mit der Welt, die wir wahrmachen wollen, mit unserem besonderen Schicksal, das wir immer wieder manifestieren wollen durch unsere vergangenen unerlösten Geschichten. Ich komme immer wieder, und ich habe selbst die Erfahrung gemacht, aber ich komme immer wieder mit Menschen in Berührung, die den Kurs schon viele Jahre praktizieren. Über zehn Jahre. Noch länger. Für alle, die jetzt erst begonnen haben, lass dich bitte nicht erschrecken. Zeit ist ein Taschenspielertrick. Wie lange ist zehn Jahre für dich her? Im Ego-Denksystem ist dies eine lange Zeit, in der Ewigkeit ein Wimpernschlag. Sie kommen immer wieder mit den gleichen Problemen, möchte ich sagen. Sie hören zum Beispiel diese Session hier an, lesen die Lektion, beschäftigen sich mit dem Textbuch, und alles wird immer klarer und klarer. Und ja, jetzt habe ich es verstanden und kaum wird die Haustüre geöffnet oder ich begegne einem Familienmitglied, ist das schon wieder Schall und Rauch und mein altes Denksystem beginnt wieder wirksam zu werden. Und so werden wir immer wieder die, ja, die Ideen, werden immer wieder wacher, ich kann mich nicht motivieren, die Lektionen, die jede Stunde einzuhalten oder mich auf die Lektion des heutigen Tages zu konzentrieren oder ich vergesse immer wieder, eine friedliche Antwort zu geben und dergleichen mehr. Ich möchte dir gerne heute sagen, du hast kein Motivationsproblem, sonst würdest du heute Morgen überhaupt nicht zuhören wollen. Deine Motivation ist da, deine Motivation, Frieden zu erfahren, die Heiligkeit zu erkennen, die ist absolut da. Das, was du hast, ist ein Energieproblem. Mit was verschwendest du den ganzen Tag deine Energie? Womit beschäftigst du dich? Worüber bist du dir bewusst? Jedes Mal, wenn ich mich mit niederfrequenten Urteilen beschäftige, ja, wie soll ich denn da eine Heiligkeit erkennen? Wie soll ich da erkennen, dass Gott nur Liebe ist und daher in jedem zu erkennen ist? Wie soll das funktionieren? Also, du hast kein Motivationsproblem, sondern ein Energieproblem. Und so frage ich dich heute, mit was verschwendest du deine Energie in den lieben langen Tag? Wenn du morgens aufstehst und so wie du übrigens morgens aufstehst, so beginnst du den ganzen Tag und so wird der ganze Tag verlaufen. Und wenn du dich im Laufe des Tages mit deinen alten Gewohnheiten identifizierst, mit deinem alten Denken, mit deinen alten Wiederholungsschleifen, dann kann nichts dabei rüberkommen. Dann musst du immer wieder die Idee haben, zurückzufallen und nicht weiterzukommen. Dann kommst du immer wieder mit dem in Berührung, was du eigentlich nicht willst. und deshalb halte deinen Geist wach. Sei wachen Geistes mit einer niederen Energieschwingung, möchte ich sagen, kommst du keinen Schritt weiter. Du bist erd- und körpergebunden. Aber du bist Geist. Und wir wollen uns hier über die Körperidentifikation erheben, sodass wir uns als dieser Geist erkennen können. Womit beschäftigst du dich den ganzen Tag? Welche Gewohnheiten bringst du immer wieder zum Ausdruck und manifestierst du? In welchen Bereichen des Lebens denkst du immer noch, dass du schuldig bist, obwohl du schon längst erlöst bist? Es lohnt sich absolut, sich seiner Gewohnheiten bewusst zu werden, von denen du ganz genau weißt, dass sie dich schwach halten, dass sie dich niederdrücken, dass du oftmals nicht weißt, wo hinten und vorne ist oder in welche Richtung du dich bewegen sollst. Wenn du dich den ganzen Tag mit den Schmerzen des Körpers identifizierst, ja, wie soll denn da, wie sollst du dann Heilung empfangen können? Heilung wird empfangen und nicht erreicht durch irgendwelche besonderen Maßnahmen. Wenn du den ganzen Tag darüber nachdenkst, dass du betrogen wurdest oder dass du eine schlechte Ehe führst oder was auch immer, ja, wie soll denn dann jemals etwas in deinem Dasein geschehen, du heiliger Lichtgeist? Wenn du deine Beziehungen zum Beispiel führst in einem Nicht-Angriffspakt, ja, wie soll denn jemals etwas geschehen, du heiliger Lichtgeist? Es kann überhaupt nichts geschehen. Der Nicht-Angriffspakt, der bringt dich keinen Schritt weiter. Der hält dich in einem gewissen Energieniveau, in einem gewissen geistigen Niveau, in dem du dich selbst gefangen setzt. Wir wollen den Nicht-Angriffspakt gegenüber unseren Beziehungen und gegenüber der Welt aufgeben. Wir wollen frei sein und ein Ziel, was uns dieser Kurs in Wundern verspricht, ist, den Geistesfrieden wiederherzustellen. Und das Ego ist sehr darum bemüht, dir zu suggerieren, dass du ja jetzt in diesem Nicht-Angriffspakt in Frieden bist. Ach ja, es geht doch ganz gut. Guck mal, in meiner Ehe, ich darf machen, was ich will. Ich darf mich abends mit meinen Freunden oder Freundinnen treffen und mein Partner hat nichts dagegen. Ich darf dieses und jenes tun und mir geht es doch eigentlich ganz gut. Ich habe meine, die Wohnung, das Haus, die Sicherheit, finanziell bin ich abgesichert, weil, und so weiter. Dieser Nicht-Angriffspakt ist, ja, der hält dich in deinem Gefängnis fest. Fühle ganz genau, in welchem Lebensbereich du dich noch gefangen hältst. Und erneut möchte ich dich erinnern, du hast kein Motivationsproblem, sondern ein Energieproblem. Was passiert, wenn du durch die Natur läufst und alles alles wunderschön und friedlich und still empfindest? Du hebst deinen Geist an. Es ist ganz natürlich, dass du dich dann glücklich fühlst. Du vergisst deinen Augenblick, deine Sorgen, deine Ideen über die Welt oder was du noch alles zu tun hast und du beginnst, dich in einem entsprannten Dasein zu befinden. Und an diesem Punkt fällt es uns leicht, uns mit den täglichen Lektionen zu identifizieren. In diesem Augenblick fällt es uns leicht, dass wir uns in der Gegenwart Gottes, dass wir uns in die Gegenwart Gottes einlassen können. Wir möchten in sie eingehen. Alles ist so glücklich und alles ist so wundervoll. Was ist passiert? Wir haben unseren alten Energielevel losgelassen. Wir haben ihn aufgegeben. Wir binden uns nicht mehr an besondere Gitterstäbe. Welchen Nicht-Angriffspakt hast du geschlossen? Schau es dir deutlich an. Was sind deine Wiederholungen, von denen du genau weißt, dass sie dich schwach, dass sie sich schwach anfühlen? Dass sie dich doch immer wieder herniederdrücken? Es sind das die Gespräche immer wieder mit denselben Freunden und immer wieder dieselben Gespräche über die Welt, die Politik und all die Dinge. Sind es die Gespräche, von denen du ganz genau weißt, dass sie dich unglücklich machen, weil sie Trennung hervorrufen und somit schuld? Überprüfe diesmal ganz genau. Es ist sehr, sehr hilfreich. Denn dadurch, schon alleine durch die Überprüfung, geschieht etwas in dir. Du setzt etwas in Gang. Dir wird etwas bewusst. Und dadurch wird die Motivation, diesen Kurs zu erfahren, den Frieden Gottes zu erfahren, deutlich in die Praxis umgesetzt. Okay, was ist das Ziel? Das Ziel ist der Frieden. Und Frieden erfahren wir nun mal nicht durch die äußeren Lebensumstände, sondern indem wir uns in den Geist des Friedens begeben. Wie oft haben wir uns schon täuschen lassen? Ah, das fühlt sich jetzt gut an. Ah ja, jetzt bin ich richtig. Ah, dieses Ding, dieser Mensch, dieser Partner, der macht mich jetzt glücklich. Und schon, innerhalb kurzer Zeit, kommen unsere alten, destruktiven, niederschwingenden Denkgewohnheiten und machen all das zunichte, von dem wir gedacht haben, wie glücklich es uns macht. Kennst du das? Sei ehrlich, überprüfe, überprüfe all diese Dinge, wenn du in deinem Leben, in deinem Dasein, in deiner Liebesfähigkeit voranschreiten möchtest. Und Jesus, er ist immer an unserer Seite. Er ist tatsächlich da. Genau jetzt. Und er versteht, was wir hier durchmachen. Denn er hat es auch durchgemacht. Er versteht deine Sorgen und deine Ängste. Die hat er auch durchgemacht. Obwohl er jetzt an einem Punkt ist, wo Schmerz und Unsicherheit und Leid und Krankheit keine Bedeutung mehr für ihn haben, versteht er dich, wenn du sie erlebst. Er versteht dich absolut. Und entwickle das Gefühl, dass du, dass Jesus wirklich an deiner Seite ist und er mit dir all das anschaust, worin du dich verloren hast, worin du dich vergessen hast. Und dadurch, wenn du ihn einlädst, mit ihm diese Situation zu betrachten, wirst du wirst du sofort befreit. Sofort. Und deshalb ist es ein wunderbarer Beginn, des Morgens sich hinzusetzen. Jesus, wenn es dir besser gefällt, heiliger Geist, Jesus, diesen Tag gebe ich dir. Ich möchte meine alten Denk- und Wiederholungsschleifen aufgeben. Ich weiß nicht, wie das geht. Hilf du mir. Ich übergebe dir all mein Denken, all meine Handlungen und meinen Körper. Führe du mich durch diesen Tag denn ich will glücklich sein. Und dann werden wir mit absoluter Sicherheit Glück erfahren. Und je mehr du dich an dieses gewöhnst, den Tag Jesus zu übergeben, desto leichter wird es dir fallen, sich an die Lektionen zu erinnern. Was es bedeutet, in seine Gegenwart möchte ich jetzt eingehen, was es bedeutet, zu geben und zu empfangen. Was es bedeutet, dass Gott nur Liebe ist und ich es daher auch bin. Er ist unser Lehrer. Er ist unser älterer Bruder, der die Reise beendet hat und jetzt aber für uns zur Verfügung steht, um uns mit ihm nach Hause zu führen. Um uns nach Hause zu führen. Er kennt dich vollständig. Er kennt dich als dieser Lichtgeist, der du bist. vielleicht hast du jetzt gerade die Muße, deine Augen zu schließen und seine Anwesenheit zu fühlen. Seine Anwesenheit in deinem Geist. Und wenn du in deinem Geist seine Anwesenheit fühlst, dann wird dein Biofeedback-System Körper sich vollständig darin entspannen können. Du wirst ruhig und gelassen. Ja, sogar Freude steigt dir auf und Frieden. Dein Bewusstsein erhebt sich. Dein Geist wird frei. Und in deine Gegenwart möchte ich jetzt eingehen, geliebter, großer Bruder. Und dann kannst du ihn darum bitten, lass meine Unsicherheit und meinen Schmerz hilf mir, meine Unsicherheit und meinen Schmerz aufzugeben. Hilf mir, meine Ängste zu überwinden. Ich möchte die Gnade Gottes erfahren, die es mir ermöglicht, meine Ängste und Zweifel beiseite zu legen. Lass mich durch dich lernen, mein großer Bruder, zu geben, wie ich empfange. Lass mich aus diesem Raum und Zeit Kontinuum hinter mir vergehen, damit ich das, was ich empfangen habe, erkenne und mit den Menschen um mich herum teile. Jesus, mein älterer Bruder, ich möchte mich als Lichtgeist erkennen und dieses in jedem erkennen, sodass diejenigen, die mir heute begegnen, das Licht in sich erfahren. Sodass, wenn ich heute an jemanden denke, ich ihn nicht mehr als diesen Körper sehe, als den ich ihn bisher gesehen habe, sondern ihn als Lichtgeist erkenne, so wie jedes Lebewesen es ist. Ich möchte vergebend auf diese Welt schauen, weil ich den Frieden, den du in dir trägst, mit der ganzen Welt teilen möge. So führe du mich heute durch diesen Tag. Und vielleicht spürst du jetzt eine Anwesenheit weitaus deutlicher, weitaus klarer, weil du noch mehr Frieden in dir empfindest. Noch mehr Freude, noch mehr Stärke, noch mehr Licht, noch mehr Liebe. Vielleicht beginnt dein Körper zu vibrieren, eine leichte Vibration auf allen Ebenen. Vom Kopf bis zum Fuß fühlst du dich lebendig. Du fühlst dich frei. Du fühlst dich getragen von der Anwesenheit Gottes. Und wenn du dies täglich übst, dann wird dein Tag ein glücklicher sein. Wenn du dies täglich übst, wird dir klar, was es bedeutet, sich in einem glücklichen Traum zu befinden. in dem es tatsächlich keine Bedrohung mehr gibt, weil du die Bedrohung in deinem Geist aufgegeben hast. Du siehst niemanden mehr, der dir Schmerz zufügen kann oder Leid. Du siehst niemanden mehr, der dich betrügen kann oder will, weil du all das in dir aufgegeben hast. All dies geschieht in der Verbindung mit deinem älteren Bruder, der den Geist Gottes in sich trägt. Danke. G G G G G Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020